Hey Leute, ich war gerade Kastanien sammeln und soll ich euch mal zeigen, wie viele ich gefunden habe? Guckt mal nach unten. So viele. Das sind, glaube ich, eine Million. Jetzt bin ich zu Hause vom Kastanien sammeln und Eichel sammeln. Jetzt mache ich was Cooles für euch. Ich kann nicht einer mehr helfen von euch. Jetzt braucht es nur noch ein Hütchen. Ich bin ein Hütchen. So und jetzt zeige ich euch mal, was man alles aus Kastanien, Eicheln und Eichelhüte machen kann. Tadaaa! Das ist eine kleine Maus mit einem Wanderlutschchen und einem Wanderstab. Das springt gerade über den Ast. Das ist ein kleines Schäfchen mit einem Schal und einem Drachen. Das ist ein Ritter. Das ist ein Schaf, das fliegen kann. Das ist ein kleiner Eichel. Das ist ein Angelmann. Das ist ein Einhorn. Und das ist eine kleine Maus. Und das ist ein Herz. So und ich vergesse noch ein Gefallen zu abonnieren. Tschüss! Bist du auch? Tschüss! Bist du auch? 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 Bist du auch?